Was wir jetzt haben, ist die Luft, die bis eben noch ausgetauscht wurde. Wir lüften ständig, aber wir vermuten, dass durch den Teppichboden und alles, was hier nun seit ewigen Zeiten drin ist, das ganze Problem ist. Sie merken das, ist schwierig. Also wenn das Wetter entsprechend ist, kann man die Fenster aufmachen, man kann auch mal die Tür aufmachen, aber das kann man nicht immer. Wenn es draußen kalt ist, wird es schon problematischer. Es ist unangenehm und es gibt Kinder, die das nicht so gut vertrauen können.